Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnayuch. Viele Menschen verbinden mit einem guten Leben Worte wie Erfolg, wie Reichtum, wie alle Ziele erreicht. Ich bin sicher, wenn du dich umschaust, kennst du ein paar Leute, die so sind und vielleicht denkst du auch selbst so. Vielleicht mal mehr, mal weniger, aber so die Grundlage dafür ist in den meisten Menschen vorhanden. Warum finde ich das interessant, wenn es doch darum geht, ein gutes Leben zu führen, egal ob ich all diese Dinge schaffe, erreiche oder eben auch nicht. Und dazu gibt es auch ein Phänomen aus der Verhaltenspsychologie, dass das sogenannte Nullsummendenken einfängt. Das heißt, die Vorstellung, dass eine Ressource für eine bestimmte Qualität begrenzt ist. Nehmen wir das Beispiel Erfolg. Wenn es um Erfolg geht, kann nicht jeder Mensch erfolgreich sein. Und du merkst, während ich das sage, dass du Widerspruch spürst. Natürlich kann jeder Mensch erfolgreich sein. Nach der Nullsummen-Idee ist es aber so, wenn die Ressource Erfolg verbraucht ist, dann bleibt für ganz viele Menschen Misserfolg übrig. Oder wenn du das Thema hast, Liebe. Also das kennen wir alle, wenn wir Geschwister haben. Mama oder Papa mögen den oder mich lieber. Die Tatsache, dass es da keine Begrenzung wirklich gibt, ist für die meisten Menschen gar nicht verfügbar. Und das resultiert in Rivalität. Das resultiert in eine ungesunde Konkurrenz. Es resultiert in einem Kampf um Anerkennung, die schon längst da ist, die einfach nur nicht gesehen wird. Und sie basiert auf einem Satz, der für mich gleichzeitig Grundlage ist, als auch Resultat von diesem Erleben. Nämlich, Gutes kann nicht parallel entstehen. Wenn du dir das mal zur Gemüte führst, es kann ganz viel Gutes gleichzeitig passieren. Und es ist immer genug da. Du könntest auch mit den Menschen so umgehen, dass man sich gegenseitig darin unterstützt, Erfolg zu haben, sich geliebt zu fühlen, einen Gewinn zu erzielen. Weil du eben nicht von der Begrenztheit dieser Möglichkeiten ausgehst. Und ich glaube, dass dieser Irrtum unglaublich viel Hässliches hervorbringt zwischen Menschen. Und ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt, die Unendlichkeit dieser Ressourcen so verfügbar zu haben, dass wir mit diesem Unsinn aufhören können.